Wenn Sie ein individuelles Seitenlayout gestalten wollen und nicht mit dem Raster oder den Gitternetzlinien arbeiten wollen, können Sie sich auch individuelle Führungslinien anzeigen und einrichten. In der Grundansicht wird jeweils eine Führungslinie horizontal wie vertikal angezeigt, die sich in der Mitte der Seite befindet. Um damit gut arbeiten zu können, blenden wir das Lineal wieder ein, auch mit dem Anklicken. Sie können diese Originalführungslinien verschieben, aber am besten ist es, wenn Sie die duplizieren, und zwar indem Sie mit der Maustaste draufklicken. Dann erscheint dieses 0,00, das anzeigt, dass es sich in der Mitte der Seite befindet. Und mit der STRG und der SHIFT-Taste erscheint ein Flusszeichen und dann können Sie diese Führungslinie dorthin verschieben, wo Sie das gerne möchten. Kann natürlich auch eine dann an der gleichen Stelle auf der rechten Seite. Das Ganze auch wieder mit linker Maustaste anklicken, STRG und SHIFT. Und dann im oberen Bereich und im unteren Bereich eine Führungslinie setzen. So kann ich mir zum Beispiel einrichten, wie weit links die Überschrift anfangen soll, wie weit unten. Ich kann mir eine zweite setzen, wo der Text beginnen soll. Und wenn ich jetzt diese Objekte da hinziehe, dann bleiben die automatisch auch da, wo diese Führungslinien sind. Das gleiche gilt, wenn ich Objekte vergrößere und verkleinere. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rechts mit der Maus auf diesen einen Punkt des Textobjektes klicke, dann kommt ein kleines Pfeilchen, das nach rechts und links zeigt. Ich klicke nochmal drauf und dann kann ich das verschieben und bleibe automatisch an der Kante stehen. Ich kann das dann auch daneben tun, aber es bleibt in der Regel in einem gewissen Abstand von ungefähr zwei Millimetern, bleibt es dann an der Kante stehen. Und Sie sehen, wenn ich hier oben drauf klicke, auch wieder diese Linie hier, diese kleine, dass beide Objekte auf der gleichen rechten Seite ausgerichtet sind. Das gleiche auch hier links kann man auch diese Linien dann sehen. Und auf der nächsten Seite, wo die Überschrift schon ein bisschen verschoben ist, brauche ich nur anklicken, in die Richtung ziehen und schon sind alle Objekte an der gleichen Stelle. Damit können Sie erreichen, dass Ihre Präsentation einheitlich gestaltet ist und die Überschrift immer auf der gleichen Höhe anfängt. Das ist besonders bei vielen Seiten in der Präsentation für die Zuschauer sehr angenehm, weil wenn die Überschrift sozusagen springt, ergibt das eine sehr unruhige Präsentation.